Sie interessieren sich für eine schöne Handschrift und wollten schon immer mal wissen, was eigentlich Brushlettering ist? Hallo, mein Name ist Jörg Stroich. Ich bin leidenschaftlicher Föhrer-Fan und Geschäftsführer von Mia Skripo. Und am 27. Juni 2019 habe ich ein ganz besonderes Workshop-Angebot für Sie. Dann findet nämlich hier in meinem Büro in Köln die lange Nacht des Schreibens statt. In Schnupper-Workshops erleben Sie die Welt des Brushletterings. Die Referentin, die Grafikdesignerin Anna-Luisa. Sie ist Kalligrafin und Lettering-Künstlerin. Und in Ihren Workshops gibt sie Ihnen jede Menge Tipps. Melden Sie sich jetzt an. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme unter www.miascripo.com